Nachruf für Jack Sonny, 9. Dezember 1954 30. August 2023 Mit großer Trauer nehmen wir Abschied von einem außergewöhnlichen Menschen, Jack Sonny, der am 30. August 2023 von uns gegangen ist. Sein Leben war geprägt von unvergesslichen Momenten, tiefen Emotionen und einer Leidenschaft für Musik, die die Herzen von Millionen berührt hat. Jack wurde am 9. Dezember 1954 geboren und wuchs in einer Welt auf, die von den Klängen der Gitarre und der Musik der 70er und 80er Jahre geprägt war. Er war ein begnadeter Gitarrist und ein Meister darin, mit seinen Melodien Geschichten zu erzählen. Sein Talent führte ihn zu einem der einflussreichsten Mitglieder der Band Dire Straits, wo er mit seiner einzigartigen Spielweise und seinem kreativen Geist das Soundbild der Band entscheidend mitgestaltete. Jack Sonny war jedoch nicht nur ein bemerkenswerter Musiker, sondern auch ein warmherziger Mensch, der seine Zeit und Energie in soziale Projekte und Wohltätigkeitsarbeit investierte. Er setzte sich für diejenigen ein, die weniger Glück im Leben hatten, und hinterlässt eine erhebliche Spur des Guten in dieser Welt. Sein Humor, seine Großzügigkeit und seine Bescheidenheit werden uns stets in Erinnerung bleiben. Jack hat nicht nur Musik gemacht, er hat auch Freundschaften geschlossen, die ein Leben lang halten werden. Sein Lächeln und seine positive Ausstrahlung werden uns in den schweren Zeiten Trost spenden. Jack Sonny wird schmerzlich vermisst werden, nicht nur von seiner Familie und seinen Freunden, sondern auch von den zahlreichen Fans auf der ganzen Welt, die seine Musik lieben. Sein Vermächtnis wird in seiner Musik und in den Herzen der Menschen weiterleben, die er berührt hat. In stiller Trauer gedenken wir Jack Sonny und sind dankbar für die wundervolle Zeit, die wir mit ihm teilen durften. Möge er in Frieden ruhen und die Bühne des Himmels mit seiner Musik erhellen. In Erinnerung an Jack Sonny, 9. Dezember 1954, 30. August 2023.